Musik So hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs Und zwar schon zur 150. Folge Und ihr wisst was das heißt, es gibt wieder ein kleines Jubiläum Und zwar habe ich mir für diese Folge etwas total besonderes ausgedacht Nämlich genau, wir zähmen den T-Rex Das wollte ich ja schon seit Ewigkeiten tun Und ich dachte mir 150 Folgen Das ist was besonderes, das muss gefeiert werden Und genau deswegen werden wir jetzt unseren T-Rex zähmen So wie das geht, habt ihr mir einige Sachen in die Kommentare geschrieben Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt geht Die mir am plausibelsten erscheinende Methode war Ihn mit einem Skarabeus zu zähmen Und genau das möchte ich ausprobieren Wird es klappen oder nicht, das werden wir heute erfahren In dieser Folge Minecraft Dinosaurs Und ich bin da wirklich sehr gespannt, ob das geht und wie das geht Auf jeden Fall Ich bin gespannt Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr genauso gespannt seid Und was ihr vermuten werdet Ob ihr vermutet, juhu, es geht Oder ob ihr eher vermutet, ne, ich glaub das geht nicht Könnt ihr mir ja jetzt mal in die Kommentare schreiben Bevor ich den jetzt zähme Oder bevor ich meinen Zähmenversuch starte Vielleicht klappt ja auch nicht Wie gesagt, bei einem Spinosaurus klappt das nicht Den kann man nicht zähmen, aber bei einem T-Rex, den sollte man eigentlich zähmen können So habe ich das jedenfalls verstanden Und deswegen werde ich das jetzt auch tun Ich zücke meinen Skarabeus Ich zücke mein Schwert Und ich bin am überlegen, ob es auch wirklich geht So, ihr seht schon, da oben ist er Unser wunderschöner T-Rex Und ja, ich muss ihn jetzt erstmal runterbringen Beziehungsweise ich muss ihn besiegen Und ihn dann mit einem Skarabeus Zähmen So cool das auch klingt Ich hab keine Ahnung, ob das möglich ist So, ich sollte nur auffassen, dass ich ihn nicht zu doll verletze Also mein lieber T-Rex, mit deinem Mini-Arm Guck dir seine Arme an Tut mir leid, aber Du bist jetzt in einen wilden Kampf verwickelt Mist, du musst jetzt mal treffen Wow T-Rex, Aua Okay, noch ein Schlag Okay, wir machen mal die Dinopäder Darauf wir sind Dangerous, das ist auf jeden Fall Ähm Ja, guck mal, damit können wir ihn gar nicht erschlagen Und ihr seht schon, er hat sich auf den Boden gelegt Er schläft Und jetzt müssen wir folgendes tun Wir müssen jetzt Karabäus draufsetzen und Er hat Seine roten Augen verloren Der T-Rex hat seine roten Augen verloren Und er lebt sogar noch Er hat noch 2 HP Oh mein Gott Genau, was werde ich in diesem Moment tun? Ich werde mich auf ihn schwingen und Geht das? Kann man ihn reiten? Kann man den T-Rex reiten? Ich weiß es nicht, wir werden es versuchen Das muss doch gehen Ich drück mal die Dinopäder drauf und wir sehen Waitable Hm Auf jeden Fall hat er keine roten Augen mehr Ich weiß jetzt nur nicht, wie man den zähmt Ich glaub jetzt Ich weiß nicht Vielleicht muss man noch ein Skarabäus auf ihn draufsetzen Oh nein, oh nein Er greift mich an Ist jetzt wieder aggressiv Ey Ja Noch ein Skarabäus Okay, wir werden es nochmal versuchen Okay Stirb Nicht Ganz Geh zu Boden Man, du sollst zu Boden gehen Ey This T-Rex has already been tamed Achso, der ist bereits gezähmt Wir haben ihn bereits gezähmt Aber was ist hier los? Er verfolgt mich Er ist aggressiv So Leute Und da bin ich auch wieder Und anscheinend hat es gerade nicht geklappt Den T-Rex zu zähmen Ich weiß zwar nicht warum Allerdings ist mein Minecraft gerade abgestürzt Also ich hab's ja gerade versucht Den T-Rex zu zähmen Es hat allerdings irgendwie nicht geklappt Ähm Ich weiß auch nicht warum Also beziehungsweise Er ist ja anscheinend schon gezähmt Allerdings Funktioniert das Ganze noch nicht so ganz Eigentlich sollte man den reiten können So habe ich das jedenfalls gelesen Ähm Wir müssen erstmal schauen Der hat jetzt nur noch 6 Leben Ich glaube ich werde mal ein bisschen Hilf Potions Uns ins Inventar verleiten Damit er nicht stirbt Weil ansonsten wäre das schon ziemlich schade Weil es ist einfach ein toller Dino Deswegen werde ich mir jetzt Ausnahmsweise mit dieser Hilf Potions geben Damit er halt nicht stirbt Das wäre ja schade Na guck mal Es bringt nicht viel Aber wenigstens ein bisschen Warten wir uns ein paar mehr ins Inventar Na anscheinend bringt das nicht so viel Wir versuchen es trotzdem so Dass er halt wenigstens nicht ganz so Wenig KP hat So Zack Zack Okay das war es auch Ja dann müssen wir erstmal schauen woran es liegt Also ich habe mir gelesen Das ist Seite 1.5.2 Seit dem Update das ich gemacht habe Dass es seit diesem Update nicht mehr geht Weil der Modentwickler da irgendwas falsch eingestellt hat Das habe ich gelesen Ich bin mir allerdings nicht sicher Ihr könnt ja sagen Für die die das auch unter euch spielen Ob es bei euch funktioniert oder auch nicht Wie gesagt bei mir Funktioniert das ja anscheinend irgendwie nicht Aber keine Ahnung Vielleicht ist es auch ein Sonderfall Und das funktioniert bei anderen besser Auf jeden Fall bei mir Hat es sogar funktioniert Wir haben ihn gezähmt Guckt euch das an Von wegen das funktioniert nicht Ich sitze jetzt auf dem T-Rex Ich habe ihn doch gezähmt Und da will ich einmal sagen Erskalt hat ihn nicht gezähmt Ganz im Ernst Ich habe ihn jetzt gezähmt Schaut euch das an Wenn das nicht genial ist Das weiß ich auch nicht Ich habe hier den T-Rex gezähmt Ich sitze auf dem T-Rex Und wenn das nicht geil ist Was ich auch nicht Ich weiß jetzt nur nicht Wie ich runterkomme Ich kann aber auf jeden Fall Ja Auf seinem Rücken schweben So ob ich den lenken kann Weiß ich nicht Wir können ja mal die Peitsche benutzen Haha Das heißt dann ongar Los Mag er nicht Okay Ja ja du kannst ruhig machen Was du willst T-Rex Ähm Wir schreiben dir dann nichts vor So also der ist dann doch Anscheinend gezähmt Also tamed Das ist doch mal super Aber wie komme ich jetzt hier runter Äh Ja Okay die Schweine bewegen sich noch Ja die bewegen sich noch Okay ich dachte das ist jetzt alle stehen geblieben Aber ich komme anscheinend nicht mehr runter T-Rex T-Rex ich möchte gerne runter hier Von dir Das würde mich sehr freuen Wenn ich hier irgendwie runterkommen könnte Ähm Ja schaut euch das mal an Das ist irgendwie ein bisschen blöd Ich sitze hier auf einem riesigen T-Rex Und komme nicht runter Ähm Wie komme ich runter T-Rex Das ist eine gute Frage Zumal mit Shift geht das nicht Mit Sneaken geht das auch nicht Sneaken und Shift geht auch nicht Steuerung ist nur zoomen Vielleicht muss ich auf seinen Kopf machen Oder ich muss ihn schlagen Geht auch nicht Also ich habe keine Ahnung was das ist Wir sind auf jeden Fall geschafft zu zähmen Das war eigentlich mein eigentliches Ziel Wir wollen den T-Rex zähmen Und das haben wir geschafft Das ist schon mal super Ich schaue ihn jetzt in seinen Stirnnacken Beziehungsweise Also ich kann Stirnacken Das ist schon ein T-Rex Für den Nacken Ähm Vielleicht muss ich den doch mal ein bisschen zeigen Wo der Haken ist Ein bisschen schlagen damit wir runterkommen Aber anscheinend Ich weiß auch nicht Irgendwie kommen wir hier nicht mehr runter glaube ich Wie kommen wir hier runter Das ist eine gute Frage Ähm Kommt so Gnatus Kannst du ihn bitte mal beißen In die Waden damit Ja man Ich will hier aber noch los T-Rex Okay wie kommt man runter Ich schaue mal unter Controls nach Controls Ähm Reposition Mob Portrait Ich glaube das ist es nicht Ich habe keine Ahnung Wie wir jetzt hier runterkommen Ich habe da echt keine Ahnung Vielleicht muss man da irgendwas machen So ein Zaubertrick drücken oder so Oder man muss einfach das Spiel benden Ich weiß es nicht Auf jeden Fall komme ich hier gerade nicht runter Was sehr schade ist Ich würde hier nämlich gerne mal runtergehen Guck mal mit der Peische Funktion das auch nicht Kannst ja mal Ja wie Womit kann ich es noch versuchen Mit Fleisch vielleicht Aber ich habe gerade kein Fleisch im Inventar Ich bin auf jeden Fall hier auf diesem T-Rex Erstmal gefangen Ist ja schön und gut alles Der T-Rex bewegt sich auch nicht mehr anscheinend Der ist auch irgendwie gerade krank Ähm Wir können mal schauen Die Nopedia lässt sich nicht mehr verwenden Also ich glaube das liegt einfach daran Dass der Mod einfach sehr rumbackt Aber ich muss mal schauen Was ich hier am besten mache Ich glaube ich gehe mal in den Creative Modus Versuche dann ob ich hier irgendwie Damit weiterkomme Ob ich dann irgendwie wegfliegen kann oder so Hm das geht nicht Also fliegen kann ich nicht Schade Oder kann ich sonst irgendwas hier machen Also Creative Modus bringt schon mal nichts Aber ich werde die trotzdem mal anlassen Vielleicht bringt das was irgendwie mit einem Bone Ähm Wenn wir mit einem Knochen irgendwas machen Das bringt es noch weniger Bringt nämlich gar nichts Schade Ähm vielleicht sollten wir mit Pfeil und Bogen Mal ein bisschen abschießen Und vielleicht bringt das was Ich hatte nämlich keine Ahnung Ob das vielleicht was bringt Ich werde es mal probieren Oder ich werde erst mal kurz googeln Dann werde ich jetzt kurz mal nachschlagen Wie das denn ist Ob das so geht oder nicht Wie steigt man von einem T-Rex ab Ihr seht schon die Folge Ist ein ziemlich bisschen verpackt Also eigentlich kein Problem Das kann halt mal passieren Ähm Minecraft T-Rex Ähm Ja Come down Wo wir mal schauen Wie das geht Ähm Ich habe nämlich keine Ahnung Wie man da runterkommt Von dem T-Rex Ähm So Müssen wir mal einfach mal googeln Ich werde es jetzt einfach mal schön googeln Das sollte hier irgendwo stehen Guck mal Right Click Damit sollten wir ihn reiten können Steht hier jedenfalls Hier Ähm Ja You must keep beating down the T-Rex Dann können wir ihn für 30 Sekunden Mit den Scaravirus anklicken Und Ähm Ja wo stehen Dass wir ihn reiten können Irgendwo stand das Ähm Ne Steht hier doch nicht Ich dachte das steht da Okay anscheinend ist das Reit ein bisschen verpackt Mit dem Binosaurier Auf jeden Fall Ich komme nicht mehr runter Ich habe keine Ahnung wie das jetzt geht Bei Google lässt sich nichts finden Das heißt die einzige Möglichkeit Hier runter zu kommen Ist die hier Aber nein Pfeile blocken einfach an ihm ab Super T-Rex Hallo Okay man T-Rex Ich möchte gerne absteigen Ich fühle mich ein bisschen beengt Was kann man dann machen Die einzige Methode Die mir da noch bleiben könnte Wird die hier Damage Potions Irgendwie müssen wir runterkommen Und damit geht es anscheinend auch nicht Oder was Ähm Vielleicht mit TP TP Ähm Wir können ja mal schauen welche Koordinaten wir gerade sind Und dann bin ich einfach ein bisschen Nicht daneben tippen TP 255 75 Minus 540 So da tippe ich mich mal hin Und schon Bin ich runtergestiegen Von dem T-Rex Es hat also funktioniert Super Dann kann ich die geschiedenen Sachen Wieder raus tun Was hatte ich jetzt geschietet Die Pfeile waren geschietet Aber ansonsten Hatten wir eigentlich alles so Ritt drin Dann kann ich das wieder auch zurücksetzen Machen wir mal auf Tag Wenn wir schon dabei sind Ausnahmsweise Das habe ich jetzt auch nur getan Damit wir mal von dem T-Rex runterkommen Weil ansonsten wäre ich dann noch Die ganze Folge draufgeblieben Das wollen wir ja nicht Also habt gesehen Den T-Rex haben wir gezähmt Das sehen wir daran Dass Ähm Ja das seine Augen wieder normal sind Allerdings müssen wir jetzt noch herausfinden Wie Wenn wir ihn reiten Erstmal überhaupt Wie wir ihn reiten können Wir haben gesehen Wir können uns auf ihn setzen Aber reiten Da war ja nichts Wirklich mit reiten dabei Wir haben uns einfach nur Auf ihn gesetzt Und kamen noch nicht mehr runter Also wie reiten wir den T-Rex Einmal das Und zum zweiten Ähm Wie kommen wir da wieder runter Das sind erstmal ein paar Dinge Die wir wissen sollten Oder die wir mal In Erfahrung bringen sollten Vielleicht weiß es ja auch Der ein oder andere von euch Wenn wir diese Dinge wissen Dann können wir auch mal weitergehen Dann können wir auch mal Wow Was war das denn jetzt In seinem Kopf war irgendwas Rotes drin Ich glaube das war sein Oh von innen sind seine Augen noch rot Von innen Guckt euch das mal an Da ist irgendwas Rotes drin Äh Ich glaube das sind seine Augen von innen Und nee ist das seine Nase Oder sein Mund Ich weiß es nicht Wenn man irgendwas Rotes ist in seinem Kopf Können auch seine Zunge gewesen sein Naja Wenn wir mal rechtsklick drauf machen Dann sehen wir Der mag gerne Fleisch essen Allerdings kein Schweinefleisch Sondern Oder doch Das ist doch Schweinefleisch oder Wir wollen mal ein bisschen Schweinefleisch kosten So Das kann er meinetwegen mal essen Mal gucken ob er das mag Hat er überhaupt Hunger Thinopedia Er hat Kein Hunger Egal Er kriegt trotzdem was Und Na Nimmt er nicht gerne Schade Okay Aber wir haben ja auf jeden Fall gezähmt Also ich denke das zählt als zähmen Oh jetzt wollte ich angeln Aber es geht nicht Ähm Ja wenn ihr noch Irgendwie Vorschläge habt Was wir da besser machen hätten können Schreibt es mir in die Kommentare Ich wollte ihn auf jeden Fall Auch mal ein bisschen reiten Das wäre auf jeden Fall auch cool Aber ansonsten Der T-Rex ist gezähmt Er hat schon ein bisschen Leben verloren Und hat ein bisschen Stark rumgebackt Und dafür entschuldige ich mich nochmal Wie gesagt Ich kann dafür nichts Ähm Und ich denke mal Ihr verzeiht mir das auch mit dem Game Das war halt nur eine Ausnahmesituation Da wir sonst einfach nicht Von dem T-Rex runtergekommen wären Und ich wollte ihn jetzt auch nicht töten Das wäre auch irgendwie blöd gewesen Von daher denke ich mal Ihr verzeiht mir Und ihr könnt mir ja vielleicht nochmal schreiben Wie das bei euch war Ob ihr das schon mal gemacht habt Ein T-Rex gezähmt Und wenn ja Was ihr da anders gemacht habt Ob ihr da Tipps habt für mich Weil ich hab da keine Ahnung Also ihr seid die Experten Ihr seid Ja manchmal seid ihr mehr Experten Als ich es bin Wenn ihr Ideen habt Oder Vorschläge Dann ab in den Kommentaren damit Und ansonsten Ansonsten Werden wir nämlich erstmal schauen Wie wir das am besten nochmal machen Wenn wir zum Beispiel mit den T-Rex haben wir gesehen Wir müssen ihn zu Boden schlagen Dann schläft er erstmal Hab ich auch ein Screenshot von gemacht Und danach Können wir ihn einfach mit einem Skarabius-Rechtsklick zähmen Nur standen wir da nicht als Owner drin Was mich ein bisschen verwundert hat Sondern wir konnten uns nur Wir konnten uns nur auf ihn setzen Also weiß nicht ob wir ihn wirklich gezähmt haben Ich schätze mal Das hängt mit dem Mod zusammen Dass man ihn wirklich nicht mehr richtig zählen kann Sondern sich nur noch auf ihn raufsetzen kann Und deswegen auch nicht mehr runterkommt Dass es halt alles sehr verpackt ist Ich schätze mal das wird der Fall sein Kann auch sein dass ich mich da irre Ich weiß es nicht Wie gesagt ich hoffe schon seit Einen halben Jahr auf ein Update des Mods Allerdings steht dieses Mod-Update noch in den Sternen Also Wer weiß wer weiß Vielleicht entwickelt sich der Ball was Ansonsten müssen wir weiter träumen So ein bisschen Fisch können wir aber auch essen Das ist auch lecker Das essen Terranodons essen das gerne Pt am Anfang Wie spricht man das auch? Terranodon Also pt am Anfang Terranodon Ich würde es Terranodon aussprechen Aber es ist ja ein Pt-Ranodon Terranodon Das kann man gar nicht so leicht aussprechen Terranodons essen das gerne Und ein Pt-Ranodon ist unser Petri Dafür daher ja auch der Name Pt-Ranodon Im englischen Pt-Ranodon Wie gesagt das ist ein bisschen schwierig auszusprechen Mit einem Pt am Anfang Also für den Deutschen Ist das schwierig auszusprechen Ich weiß nicht wie es in anderen Sprachen ist Aber das ist schwierig Genauso wie es für manche Deutsche schwierig ist Ein R zu rollen Wobei ich das kann Aber es gibt ja Leute die haben Probleme mit einem R zu rollen Oder es gibt Leute die können dieses Pt nicht aussprechen Es gibt immer Es kommt immer so auf die Länder an Zum Beispiel Können sie meinetwegen in Russland Können sie andere Sachen viel besser aussprechen Als wir es können Und dafür können wir Sachen besser aussprechen Als sie es können Oder zum Beispiel in Frankreich sprechen sie kein H Also sagen sie Hallo Ich habe keine Lust mehr Natürlich total klischeehaft Aber in den meisten Fällen ist das so Da können sie kein A sprechen Kein H Das sagen sie dann Hallo Ich bin Herbert Weil sie einfach das H irgendwie nicht sprechen Weil das halt im Französischen Kein Ja Das ist halt nicht drin Oder man spricht das halt nicht aus Wie im Spanischen Da sagt man ja auch Ola Und ich holla So einfach nur Ola Weil die das H halt nicht mitsprechen Und im Französischen Ja Deswegen könnten die meisten Franzosen halt auch kein H aussprechen Soweit ich weiß Kann ja sein dass ihr meint Nein 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 das ist nur ein Klischee Das ist falsch Wir Franzosen können das Wenn dann unter euch vielleicht der ein oder andere Franzose lebt Ich weiß es nicht Aber ich schätze mal die meisten von euch Werden wohl Ja Keine Franzosen sein Oder wenn dann halt im geringen Ausmaß Aber gucken wir uns mal den T-Rex an Der sieht doch schon mal ordentlich besser aus Als er vorher aussieht Finde ich jedenfalls Sie könnten das mal in die Kommentare schreiben Was ihr so denkt Aber ich finde ihn auf jeden Fall schöner als vorher Mit seinen schwarzen Knopfaugen Sieht auf jeden Fall besser aus als dieses aggressive Rot Finde ich jedenfalls Es fehlt nur noch halt dass wir ihn zähmen Aber dann wäre auch alles perfekt finde ich Also das ist schon mal eine gute Idee Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben Was ihr davon haltet Ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Idee Und ihr könnt mir dann nochmal schreiben Ja was ich als nächstes versuchen soll Um ihn zu zähmen Oder was ich versuchen soll um ihn zu reiten Vielleicht meint ihr ja Na das kalte Rechtsklick war schon eine gute Idee Aber du musst rechtsklick Und dann noch eine doppelte Ladung P drücken Dann kannst du absteigen Vielleicht wisst ihr da ja irgendwie einen Trick Ich weiß es jedenfalls nicht Dann guck mal so sieht er total schön aus Es kommt als ein Screenshot jetzt ins Sammelalbum Und apropos Sammelalbum Das werde ich auch bald fertigstellen Dann werde ich mal die schönsten Ja die schönsten Screenshots aus Minecraft Dinosaurs veröffentlichen Einfach mal ein großes Video darüber machen Minecraft Dinosaurs eine lange Geschichte Ich glaube das werde ich zu 200 Folgen mal machen Ich habe schon überlegt ob ich das zu 150 Folgen mache Aber 800 Screenshots reichen auch nicht Da müssen noch mehr hin Also ich denke mal bei Folge 200 werde ich da Schon ordentlich ein schön Ja was soll ich sagen Wie soll ich sagen Ein schönes Video machen können Wo ich dann alle meine Screenshots oder meine Fotos Die ich von den Dinosauriern aufgenommen habe Mal präsentieren können Oder jedenfalls die schönsten Fotos Denn wir wollen ja auch nur die schönsten Fotos präsentieren Soll ich schließlich eine schöne Fotoschau werden 200 Folgen Dinosaurs Da freue ich mich schon richtig drauf Wenn wir das erreichen Ich glaube so lange Naja ne ne So lange habe ich noch nie ein Projekt gemacht Wollte ich gerade sagen Aber das stimmt ja nicht Mein erstes Minecraft Let's Play Ging 263 Folgen glaube ich Also das ist nun wirklich mein längstes Projekt Und Dinosaurs ist aber dabei Das zu überholen Und ich glaube auch Dass Dinosaurs mein längstes Projekt werden will Das ist eigentlich momentan mein Hauptprojekt Und es wird es auch eine lange Zeit noch bleiben Bis ich halt ein besseres Projekt finde Und das wird schwierig Weil Dinosaurs bringt mir so viel Spaß Also bis ich da ein besseres Projekt findet Da muss schon was richtig Gutes bei rauskommen Also wenn ihr dann eine Idee habt Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben Aber es wird auf jeden Fall schwer Dinosaurs zu übertrumpfen Das auf jeden Fall Naja aber okay Das war es dann auch erstmal mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs Ich hoffe sie hat euch gefallen Also ich denke sie wird euch gefallen haben Weil es ist einfach die 150. Folge Das muss einen Daumen nach oben geben Es ist schließlich eine Jubiläumsfolge Und wenn ihr noch irgendwie Kommentare Oder Anmerkungen habt Dann ab in die Kommentare damit Und ansonsten wünsche ich das Video Oder ansonsten hoffe ich das Video hat euch gefallen Wenn es so ist Dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben Wenn es nicht der Fall ist Dann könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach unten geben Und ansonsten wünsche ich euch weiter viel Spaß Macht's gut Und bis zum nächsten Mal